San Diego Poth gibt Schauspieldebe bei der Lehrer San Diego Poth im Interview San Diego Poth, 17, der Sohn von Verona und Framio Poth, gibt bei RTL sein Schauspiel, bei der Lehrer spielt der 17-Jährige den Schüler Tobi. Zu sehen ist die Folge am Donnerstag um 20.15 Uhr, bei RTL seine erste Dreherfahrung für ihn war und ob er jetzt auch Schauspieler werden möchte, verrät als Poth Sohn stand er schon immer im Rampenlicht in der Lehrer, Folge Sohn. Ihn bekannt hatte. Keine Ahnung, wie man das in ihrem Alter nennt. Spielt er zusammen mit Nachwuchsschauspielerinnen und Framio Poth, 19, die Tochter von Veronika Fersenade, auch wenn San Diego Poth nur in seine erste Serienball spielt, hat der Schüler aufgrund seiner berühmten Eltern schon jede Männererfahrung im Raum. Zusammen mit Mama hat er schon bei Grill den Hensler gekauft und verrät dort, wie peinlich er seine Mama Verona manchmal findet. Außerdem hat das Muttersohn-Team einen eigenen Podcast. Zu hören ist der Podcast, um Kopf und Kragen jederzeit auf Audio Now. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge. Neue Erfahrung bei der Lehrer. Trotzdem war das Schauspielern noch einmal eine ganz neue Erfahrung für ihn. Wie er im Interview erzusehen ist San Diego Poth in der Lehrer am Donnerstag, dem 4. März, ab 20.15 Uhr bei RTL oder schon jetzt online oft. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020